Hallo und herzlich willkommen liebe Freunde von Fettspielen, mein Name ist Dennis und ich liefere euch etwas Content für den Sonntagabend. Ihr wartet sicherlich alle schon gespannt auf alle unsere Videos und damit ihr diese Zeit ein bisschen überbrücken könnt, spiele ich für euch das wunderbare Spiel Die Liga des Königs oder Kings League Odyssey an. Ihr könnt es hier rechts einfach anklicken und dann geht es auch schon los auf unserer wunderschönen Seite. Das ganze ist so eine Mischung aus Rollenspiel und ja eigentlich ist es einfach Rollenspiel, keine Mischung und ihr habt ihr unten so eine kleine Gruppe, die ihr trainieren könnt mit verschiedenen Charakterklassen, kämpft gegen andere Gruppen, könnt ihr skillen, könnt ihr nebenbei Dörfer einnehmen etc. Also richtig viel und das ganze dient dazu der große Super Duper Ritter zu werden und die Liga des Königs zu gewinnen und das wollen wir doch jetzt einfach machen. Wir sind Tristan und wir legen jetzt los und wir holen uns jetzt einen Mitstreiter im Dorf. Das dauert jetzt ein paar Tage und während wir das tun, trainieren wir unseren Haupthelden. Hier kommen jetzt immer noch die Tutorialsachen. Ihr seht, ich kenne das ganze schon so ein bisschen, weil ich habe es natürlich auch schon angespielt. Ich spiele die Spiele mal kurz an, bevor ich sie auf unsere Seite stelle, damit ich auch weiß, ob sie denn überhaupt was taugen und dieses taugt auf jeden Fall etwas. Ist richtig, richtig schön. So, wir können uns jetzt hier einen Unterstützer aussuchen und zwar einen zweiten Helden, der mitkämpft und zwar entweder noch ein Tank hier oder einen Ritter, einen Krieger oder einen Archer. Ich nehme den Archer. Ich mag es eigentlich immer einen Nahkämpfer und einen Fernkämpfer zumindest am Anfang zu haben und später können wir dann ja noch mehr nehmen. Der wird jetzt genommen. Wir haben kein Geld mehr, nur noch 400 und wir brauchen 1500. Deshalb ist jetzt erstmal Schluss und dieser Archer wird auch trainiert. Man kann ja verschiedene Sachen trainieren. Später gibt es noch Advanced Training. Jetzt gibt es erstmal nur dieses Grundtraining. Im Gym verbessert sich die Stärke. Bei Reed die Intelligenz, bei Dance die Agility, bei Swim die Stamina und bei Travel habe ich immer noch nicht herausgefunden, was es bringt. Aber ich tanze mit ihm natürlich, weil er ist ein Archer, ein Bogenschütze und die machen mehr Schaden, je mehr Beweglichkeit, Agility sie haben. Das machen wir doch einfach. Während unser Tristan fleißig seine Stärke im Gym verbessert. Der geht immer trainieren, bisschen pumpen, wie man so schön sagt. Also Tristan soll das auch gleich mal weitermachen. Und während die das tun, verbessern sich hier die Skits und die Zeit läuft ab. Die kann man hier oben auch später schneller oder langsamer laufen lassen. Aber das kommt später sowieso noch im Rahmen des Tutorials. So, drücken wir mal auf OK. Wir haben noch zwei Wochen, bis wir gegen Osmon kämpfen müssen. Und während wir warten, könnten wir hier die Zeit hochstellen. Dann mache ich doch einfach mal. Und dann soll der mal weiter tanzen. Der hier soll weiter ins Gym gehen. Aber bald sind auch ihre Trainingspunkte verbraucht. Und das seht ihr jetzt hier. Er hat keine Trainingspunkte mehr. Sagt uns jetzt auch dieses Pop-Up Fenster da. Deshalb muss er jetzt sich ausruhen. Und genauso der gute Tristan muss sich auch ein bisschen ausruhen. Das geht hier mit Rest. Da verbessert sich nichts. Aber die Trainingspunkte füllen sich wieder auf. So, oben geht immer schön die Zeit weiter. Und jetzt können wir auch schon kämpfen gegen Osmon. Wir sind noch in der ersten Liga, in der Village-Liga. Und deshalb müssen wir da noch gegen so schwache Gegner wie Osmon kämpfen. Den haben wir einfach fertig gemacht. Wir sind jetzt Rang 1 in der Village-Liga. Das ist auch gut so. Und jetzt geht's weiter. Wir haben jetzt Geld bekommen. Wir haben ja auch eine eigene Stadt. Die bringt uns jeden Monat 200 Gold. Je mehr Villages wir einnehmen, umso mehr Gold kriegen wir auch so fest. So, The Royal Contingent hat eine Aufgabe für uns. Das werden wir jetzt auch einfach machen. Die geben uns dafür Rewards. Ist nicht schwer. Dauert auch ein bisschen. So, und jetzt gucken wir uns das an. Kämpfen wir doch mal gegen die... Ich spiele für euch einmal die erste Liga, die Village-Liga durch. Das geht einermaßen schnell, wenn man weiß, wie es geht. Also, es geht auch schnell, wenn man nicht weiß, wie es geht. Das Ganze führt einen auch so schön heran. Hat ein schönes Tutorial. Also, ihr werdet da auch sicherlich alles verstehen, wenn ihr das spielt. Hier, 150 Ruf bekommen. 500 Gold. Können uns bald sogar einen dritten holen. Hier, den packe ich mal... Lass mal ein bisschen swimmen, damit er mehr Leben hat. Der hier soll weiterhin nur tanzen, damit er mehr Schaden macht. Ja, wenn's so wär. Und währenddessen gucken wir doch mal, was die Quest hier kann. Wir sollen, ähm, etwas suchen für sie. Und zwar auf eine Karawane im Drogustal. Und da gehen wir jetzt doch auch hin. Und schauen mal, was da ist. Ein böser Zauberer anscheinend. Und, äh, sein Lakai. Und die halten wir jetzt auf. Aber der hat ja keine Chance. Der wird hier einfach immer beim Zauern unterbrochen. Durch Pfeile und Schläge. Hat uns 20 Ruf gegeben. 400 Gold. Und jetzt haben wir auch ein bisschen Kohle. So, der hier soll... Hat jetzt gerade das verbessert. Jetzt kann er eigentlich mal wieder ins Gym. Und er tanzt einfach ununterbrochen weiter. Die kriegen hier immer mehr von ihren Stuts. So, die beiden dürften jetzt auch wieder reinigermaßen fertig sein. Nein, er hat noch ein bisschen... Er hat nichts. Die zweite Quest weiß ich schon, dass wir die nicht hinbekommen. Die ist nämlich viel zu schwer. Der kämpft mal gegen drei. Deshalb sollten wir erst mal drei haben. Bevor wir uns an die weiteren Quests wagen. Aber hier, die haben ja keine Chance. Der wird einfach zerschnetzelt. Die haben wir fertig gemacht. Wir sind auf Platz 1. Charles ist knapp hinter uns. Charles. Oh, der Böse. Und es hat gespeichert. Man kann ja auch schon speichern. Und das ist einfach ideal, um so seinen Sonntagabend noch so ein bisschen zu verbringen. Kämpfen wir hier gegen die Stadt. Wir können eine Stadt angreifen. Das kostet zwar kurz ein bisschen was, aber die bringen uns... Ich weiß jetzt nicht, was das ist, aber es bringt uns Geld. Pro Monat und Kristalle, so wie es ausgeht. Ich weiß noch nicht, was man mit Kristallen macht. So weit war ich noch nicht in dem Spiel. Oh, und da sind drei Typen. Oh mein Gott. Aber... Wir haben gewonnen. Unsere sind so stark, dass sie drei Leute besiegen können. Das freut mich. Und jetzt haben wir auch richtig Geld. Und gehen wieder ins Village. Ja. Und holen uns noch einen Dritten. Das wird super. Wir haben auch echt viel Geld. Und da können wir uns jetzt... Na, noch einen Bogen schützen. Ähm... Sals. Na, die sind alle nur Common. Common ist jetzt nicht so der Knüller. Der hat... Der hat weniger... Ähm... Agility, aber mehr Leben. Nehmen wir den doch einfach. Und... Sals soll jetzt einfach mal... Ins Gym. Cyreno geht weiter tanzen. Und Tristan... Ah, so ich unterbrochen. Tristan. Ähm... Kann man auch ein bisschen tanzen. Damit der nicht so weit weg geht. Kickt wird. Die ganzen... Punkte hier bringen einfach unterschiedliche Vorteile. Man sollte hier auch so ein bisschen ausgewogen halten. Bis auf den... Für den habe ich mich entschieden. Der wird einfach nur... Schaden machen. Der soll hinten stehen und schießen. Und das kann er jetzt tun. Gegen Charles, den Bösen. Und damit habe ich dann auch schon... Die letzte Liga gewonnen. Ihr seht, wie viel Schaden seinen Schuss macht. Aber... Ich war zu schnell. Äh... Tristan war... Zu schnell vorne. Aber Cyreno kriegt eh nie Schaden. Deshalb soll er einfach nur viel Schaden machen. So, das war jetzt auch schon das letzte Match der Village League. Wir sind erster mit drei Siegen. Null Niederlagen. Einem Rating von 1300. Und wir haben jetzt hier ein Achievement bekommen. Und wir haben die Village League gewonnen. Können jetzt in die nächste Liga. Also man arbeitet sich da hoch in diesen Ligen. Und wird immer besser. Die Gegner werden immer stärker. Wir haben hier sogar ganz viele Achievements. Das könnt ihr euch dann auch mal angucken. Da gibt es wirklich super viele Reiter. Super viele Möglichkeiten. Also das ist wirklich richtig viel. Und ähm... Da kann man dann... Mal versuchen alles zu schaffen. Hier nebenbei ein paar Quests erledigen. Hier können wir unsere Facilities upgraden. Jetzt bin ich doch mal gespannt, was hier abgeht. Boah. Wir können unsere Training Points verbessern. Wir können von woanders Rekruten holen. Wir können unsere Klassen upgraden. Und wir können hier zusätzliche Quests freischalten. Also das ist jetzt wirklich gar nicht so leicht, sich da zu entscheiden. Ich würde sagen, wir nehmen als erstes... Das hier finde ich super spannend. Und Maximum Training Points. Ne, das ist jetzt egal. Weil wahrscheinlich lohnt sich das am Ende richtig. Oh ja, da kann man am Ende dieses Advanced Training machen. Ich will jetzt einfach noch irgendwas... Upgrade die Facility. Oh, und jetzt geht's los. Ich muss mir das alles noch gut überlegen. Aber ihr könnt das doch auch einfach mal spielen. Schreibt mir in die Comments, wie weit ihr es denn geschafft habt. Ob ihr die Liga des Königs erreicht habt. Und dort dann auch gewonnen habt. Und ähm... Ich hoffe, euch macht das Spiel genauso viel Spaß wie mir. Klickt einfach hier rechts auf Jetzt spielen. Und ihr kommt direkt auf unsere Seite und könnt es gleich ausprobieren. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Euer Dennis von Fettspielen. поступbung wie ein Treib szere Danny ist. Ich wünsche euch noch nennt sich. Ich wünsche euch mal deine dreibiement im meditation. Also vermutor ihr. behaviå, wenn ich housing starten muss.